Deswegen weiß ich nicht, wie hoch da der Schaden ist. Aber wir bauen sie trotzdem halt, ich glaube. Groß Schaden können sie dann doch nicht. Segnung. Diese Affen sind gar nicht immer so schwach. Die Dämonen kommen natürlich nach. Wir haben hier sogar noch eine Eisenquelle. Das ist echt... Echt nicht schlecht. So, noch fünf Wandererinnen, dann haben wir jeweils zehn Hüterinnen und zehn Wanderern. 2500 Nahrung brauche ich für die nächste Stufe. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich brauche eigentlich... Ich eile. Reicht auch nur das Nahrungslager und keine angeschlossene Nahrungsproduktion? Ich hoffe... Weil sonst... Wir bekommen sonst nämlich echt... Schwierigkeiten. Arsch! Jankai, Aliyah, wie könnt ihr mich so im Stich lassen? Ich dachte, wir waren Freunde! Das war's! Gut... Das war's fast. Ich glaube, diesen Fürst Bongo erzöne ich lieber nicht. Das könnte echt böse werden. Helfenkrieger, sammelt euch mal bitte. Oh, da kommt wieder Bewegung. Bewegung ins Spiel. Schön. Habe ich immer noch den Befehl zum Greift an und zerstört die Hörlager am Fluss. Endlich, ein Angriffsbefehl. Aliyah, wie kann man so unglaublich dämlich sein? Das ist... Dein Geschlecht entschuldigt dein Verhalten nicht. Es ist einfach... Man muss der Tatsache da ins Auge sehen. Nein, ich bin nicht frauenfeindlich. Ich liebe euch. Wirklich. Ihr seid wahrscheinlich die tollsten Geschöpfe auf diesem Planeten. Und wir überkämpfen. Zumindest einige von euch. Fühlt euch jetzt nicht alle gesaved, nur weil ich das gesagt habe. Das wird wahrscheinlich... Ja, das ist so ein Schleichfahrt, der hier an der Seite entlang führt. Der regeneriert sich ja gar nicht. Das verwirrt mich total. Aber ich dachte, er tut was. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Wir sammeln uns jetzt hier oben. Rasch wie der Wind. Ich weiß nicht, was das soll, was die hier beiden veranstalten. Aber ich frage mich schon, manche gewisse Dinge frage ich mich schon lange nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das war äußerst unkrieg. Wie lange kann ich die bitte beschäftigt halten mit meinen Eiswellen? Vor allen Dingen, wie viel Schaden kann ich ihnen dabei zufügen? Ich glaube, ich sollte langsam mal das Licht anmachen, oder? Ich habe dann doch das Gefühl, dass etwas wenig Lichtquelle ist. Eigentlich macht diese Eiswelle ziemlich viel Schaden. 20, 19, 18, 17, 16 und so weiter. Da kommt schon was zusammen. Vor allen Dingen macht sie so viel Schaden, dass wir gewinnen. No! Wie der Fels. Wie eine Ballerina. Wohin soll ich das Eile? Komm, hauen wir den um. Und dann ist Fürst Bongo dran. King of the Bongo. King of the Bongo. Bongo. Nicht, wenn ich dich tue, Baby. King of the Bongo. King of the Bongo. Wird sofort ausgeführt. Wasch Gott von oben müde. Auf meinem Befehl. Ära Aronius. Hier. Da unten sind nur Sensenläufer. Und los. Eigentlich reicht das alles aus, um den Titanen zu bauen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Schön. Zumindest den Zwergentitan baue ich. Den mag ich. Der Elfen-Titan, der kommt mir immer so. Bereit. Ich weiß nicht. Mir nach. Er schlägt irgendwie immer Wurzeln. Ich weiß nicht. Und will lieber kämpfen. Auf mein Zeichen. Mir nach. Los. Ha. Der geht ja instant down. Ohne irgendein... Gott, ist ja schwach. Oh, das verliert er. Hat Eko Puppe des Trixas. Nun, die brauche ich jetzt nicht mehr. Priesterin Virginie. Stufe 37. Flüsternder Ring. 37. Welche Stufe hat mein jetziger Priester? 40. Oh mein Gott. Sie haben mitgekriegt. Sie haben mitgekriegt, dass wir Chris Bongo gekillt haben. Sie sind wütend. Und sie können nicht. Was sagt denn diese Truhe hier? Rüstung der Schwertmeister. Rüstung der Schwertmeister. Edler H7-Säbel. Zeug, das ich eigentlich nicht brauche. Sofort. Für die Rune. Mir nach. Ich höre. Auf mein Kommando. Mein Bogen für die Rune. Folgt mir. Und los. Eigentlich kann ich ja den Haien dann mal befreien hier, oder? Wenn ich eh schon hier bin. Ich habe ja dann diese Samen bekommen von der Triade. Auf mein Kommando. Und los. Und wir haben ja gerade gesehen, dass die Dämonen uns eigentlich nicht viel entgegenzusetzen haben. Nicht der Gewalten, Macht der Elfen. Ich glaube, viele unterschätzen immer die Elfeneinheiten. Ich gehöre dazu. Aber wenn man mal sieht, wie die die hier niedermetzeln. Gerade die Fernkämpfer. Äußerst brauchbar. Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum. Von dem nichts mehr Elber hier ist, außer geschmolzene Scheiße. Zwischen den Resten ist irgendwie kacke. Den Baumstamm, Baumsamen der Triade in die Müll einpflanzen. Aus dem Samen der Lebenssame schießen grüne Sprostlinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des alten und er strahlt in frischem Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtigt sich. Ihr habt diesen Ort gereinigt. Ich sehe nichts von dem neuen Baum. Und dieser... Oh, ich bin ruhig. Auf meinem Befehl. Ich bin ruhig. Schnell. Als nächstes will ich herausfinden, wohin dieser Weg führt. Ich will ausgült. Ich will ausgült. Zwergen, Titan, du wirst dich zu meiner Truppe gesellen. Bald werden wir bereit sein, die Eisernen mit voller Macht anzugreifen. Und sie werden... Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sie werden einfach vernichtet. Ich fühle mich nicht wohl dabei, Kort hier so in meinem Inventar vergammeln zu lassen. Aber Korts Zeit ist vorbei. Man muss es sagen, wie es ist. Es tut weh. Das zu sagen, aber... Manchmal muss man die Dinge einfach... Ruhen lassen. Und sie so in Erinnerung halten, wie sie... Am schönsten waren. Wie schwul klinge ich bitte? Ach ja, ich kann ja noch Attributspunkte vergeben. Kann ich jetzt einen besseren Bogen tragen? Ja, der Herzfinder ist besser. Hey, ja. Gut. Stärke brauche ich 4 Punkte. Ach, das kommt alles nicht mehr hin. Ich komme bei Fernkampf, komme ich auf 17 vielleicht noch. Dann kann ich immer noch den Herz... Wo... In welchem Universum ist der Herzfinder schlechter als der Herzsucher? Der Herzsucher sucht das Herz doch. Der Herzfinder hat es schon gefunden. Beziehungsweise findet es. I don't... Get it. Aber einen großen Unterschied macht das nicht. Es macht keinen großen Unterschied. Ich kann eigentlich den Rest auf Intelligenz und Weisheit kloppen. Auf mein Befehl! Panzer der Magie. Sofort! Super. Noch mehr Affen. Das ist genau das, was ich wollte. So, wir werfen einen Blick hier rauf. Was haben wir da? 16, 24. Wir brauchen noch mehr Verteidiger. Auf mein Kommando. Ja. Bereits. Vorwärts. Elfenbrigade. Schnitzelt euch durch. Du, mein lieber Freund. Gehst zurück zu unserer Haupttruppe, damit sie red ich einmal. Heilt. Dann macht das einmal... Dö, 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 dö. Schon ist er geheilt. Na, wer von euch Nerds hat's erkannt? Sofort. Mindestens 90% kommt. Ihr könnt mich so nicht enttäuschen. Mir nach. Ich würde gerne etwas weiter gucken. Und sehen, wo ich hier hinlaufe. Ach, das ist meine Schaden. Vorwärts. Sofort. Noch mehr Affen? Noch mehr Affen. Mir nach. Noch mehr Affen? Jede Menge Affen. Vorwärts. Zum Angreif. Diener der Nacht sind hier. Los. Avatar, hilf ihnen. Aber Truhen sind da. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Hört auf, euch gegenseitig aufzugeigen. Sollt schießen. Was das Zeug hält. Ja. Vorwärts. Zum Angreif. Gut, noch zwei Stück. Die sollte ich so wegkriegen. 181 Schaden. Das ist ein Affront. Gegen die Weiblichkeit. Alice Schwarzer, wo bist du, wenn man deine Hilfe braucht? Hier werden gerade Frauen verprügelt. Tiaras goldener Panzer, Maskin. Das ist alles Zeug, was ich schon habe. Warum wird mir das so oft hinterhergeschmissen? So viele verschiedene Variationen. Gut, das Nahrungslager scheint zu funktionieren. Ich habe den Lebensbalken ansteigen gesehen. Wird euch, Schwester. Auf meinem Befehl. Zur Ehre Aonius. Schnell. Und los. Mir nach. Und los. Für die Rune. Wird euch, Schwester. Auf meinem Befehl. Was ist das da unten? Noch mehr Affen. Bereits. Und los. Mensch, mittlerweile habe ich fast mehr Affen bekämpfen müssen als Eiserne. Noch mehr Affen. Noch mehr Affen. Und Schweine. Und Mondsilber. Sehr gut. Jede Menge Mondsilber. Habe ich hier noch irgendwas vor? Oder warum ist hier noch so viel? Feinde. Bereits. Zu den Bögen. Das ist ja fast so, als würde mir noch etwas viel Schlimmeres vor... Vor... Ja. Sofort. Etwas Schlimmeres. Etwas Schlimmeres als diese Blockade? Kann ich mir sowas vorstellen? Auf mein Kommando. Da ist ein Seelenfels. Da ist ein Zwergenmonument. Warum denn hier? Okay, dann ist unser Kampf tatsächlich noch lange nicht vorbei. Na gut, wir müssen doch erstmal die Heerlager zerstören. Zu den Bögen. Wir sind in Gefahr. Der schießt mit dem neuen Bogen nicht. Bist du dumm? Die Diener der Nacht sind hier. Finde sein Herz. Woher hast du deinen Namen? Er macht gerade gar nichts. Er macht gerade gar nichts. Auf meine Heer. Und los. Für die Rune. Jetzt schießt er. Na danke auch. Auf meinen Befehl. Aktivieren. Hier. Sofort. Für die Freiheit. Oha. Die Speipflanzen. Hier oben. Ja, hier oben ist die Blockade. Das heißt, wir können sie nun von hinten und von vorne nehmen. Was soll ich tun? Alice Schwarzer, schalt bitte wieder ab. Es sind zu viele. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Sofort. Roch. Dieser Trupp ist mittlerweile ziemlich groß. Ach, das Elfenmonument ist hier auch. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Ich sag doch, die haben mir irgendetwas vorgehabt. Auf meinen Kommando. Ich glaube, hier noch eine ordentliche Linierquelle. Das würde ich sehr... Ja. Ja. Tausend. Gras, Laura. Oh, mal eine neue Farbe, die ihr aufgetragen habt. Sehr schön. Wow. Ein Scharlager. Sehr ziemlich groß ist. Wir sind in Gefahr. Ja. Bringen wir es zu Ende. Gibt es Arbeit? Ich höre gemacht. Was für eine Frage, ob es Arbeit gibt. Macht die nicht lächerlich. Wir räumen jetzt erstmal das hier frei. Und dann können wir... Bringen wir es zu Ende. ...die Mondsilberquelle anzapfen. convierte zu Ende. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020